Hier können wir jetzt da drin gerufen. Das würde ich sagen. Jetzt können wir hier runter. Das bekommen wir dann dort. Okay. Das hilft uns in die Fernwetter. Ah, okay, wir können jetzt ihn vielleicht darauf kriegen. Das ist eine Möglichkeit. Dann bekommen wir zu ihm wieder zurück. Ach so. Ach Dreck. Ach, nö, 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 nö. Was hatte ich denn davon? Jetzt haben die sich wieder zurückgesetzt. Ach komm schon. Das tut mir doch zu dumm. Nächstes Checkpoint hätten sie da machen müssen. Ach komm. Kaum schon. Come on. Ich fährt mit Klapp zu. Hier haben wir das jetzt angestellt. Ach so. Das ist ein Mann, dass ich ihn habe. Ich muss wohl hier noch ein bisschen Schutz haben Wieso hat das denn klappen? Okay, jetzt müssen wir aufs Buch kriegen jetzt Sehr fein Ja Okay Das bauen wir jetzt da wieder um Das machen wir gegen hier Dann geben sie eine Unterstützung Die brauchen wir aber da oben Das heißt Kartex, die brauchen wir nicht da unten Oder nicht Das ist ja auch nicht so weit Das ist ja auch nicht so weit Nein Nein Ich hab mir keinen checkput oder das ist gemein Okay. Das kann klappen. Sehr schön. Die klappt. Und runter hier. So, das müssen wir nicht. Ähm, okay. Also. Da lang. 2 vom Ende. Nice. Jetzt brauchen wir wieder ein Schalter. Okay. Okay. Links. Jetzt. Verdammt. Okay. 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 Das bewirkt das hier. Okay. 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 Das war mir nichts. Verdammt. Hierüber. Hierüber müssen wir noch mal. Da müssen wir rüber. Können wir überhaupt rüber. Ich könnte nicht umsonst hinlaufen. Das war mir nicht. Das war mir nicht. Okay. Da können wir nicht rüber. Ich könnte nicht umsonst hinlaufen. Ich könnte nicht umsonst hinlaufen. Ich könnte nicht umsonst hinlaufen. Ich würde nicht umsonst hinlaufen. Ach verdammt. Ach komm. Normalerweise bin ich recht gut am Wistermerken. Okay, jetzt fahren wir da rüber. Triple, 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 3 hoch und dann 16. Okay, jetzt fahren wir da. das Ding hier, den Drehau, oder nicht, und dann muss es da drüber rein, ich versteh nicht ganz, den Fulios vielleicht da drüber? Ah, komm Ah, okay Was haben wir jetzt hier und nicht die Spinnen wieder, nein, kein Bock, wir haben kein Bock. Die waren so in einem Trom, die Spinnen. Ne, wir haben ihn wieder. Ne, wir müssen nach drüben. Ne, wir müssen nach drüben. Ach, komm mal ab, du Flieger. Die Nerv, du Hunger. Okay, Treppe, Treppe, Treppe. 3,5m Sehr schön Batterie Jetzt können wir die, glaube ich, aufladen. Nice! Gucken wir die Batterie, die letzte Batterie wieder und bringen die dort rüber. Also! 3, 3, 3, 3! Sehr schön! Hä? 3, 3, 3! Perfekt, 3, 3! 3! Sehr schön! Suramboss! Neee! Oh, da ist das Buch weg! Mensch, hier geht's weiter! Oh, wir sind zu weit weg! Wenn wir nur den Fiefen vorhin haben, hätte es schon übergebracht. Wenn wir nur den Fiefen vorhin haben, hätte es schon übergebracht. Sieht schon fast nach wie einander aus. Aber halt nur fast. Ich denke, wir sind jetzt sehr nahe zu dem Bewusstsein. Hast du das Buch unter Kontrollen? Ich hoffe, es ist einfach wirklich schwer, dass es in dir zu gehen wird. Schau mal! Oh, der Gipfel. Es ist ja wohl der Gipfel. Es ist ja wohl der Gipfel. Das ist schrecklich. Wir sind jetzt nicht nach wie einander geflüchtet. Das ist doch, der Gipfel. Oh, ihr auch. Die Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Das ist ja wohl nicht so nahe zu der künstlichen Mind. Das ist schrecklich. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Aber nicht mehr oder zu viele frische Gedanken. Ja, das ist ein Trummel. Warum machen wir das eigentlich überhaupt? Wir können ja nicht. Wir brauchen das um das Schütten zu haben. Verstehe. Verstehe. Hier steht es gut. Verstehe. Oha. Dann brauchen wir es nach oben. Das gehen wir auch noch hin. Oha. Jetzt so gut hier. Und da hoch. Das ist ja nicht so schwer. Eines der leichteren Blitze. Und bestimmt gleich noch schwieriger. Und hier. Und jetzt geht es hier hoch. Ah ja. Jetzt wird es weiter. Das ist ja nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Okay. Aber wir gehen nur die da rüber. Wir gehen nur die da an der Batterie. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Oh nein. Das kommt ja schwer noch dazu. Das kommt ja schwer noch dazu. Öhm. Öhm. Ich glaube das wäre eine Steinplatte. Dann würden wir... Lass mich kurz überlegen. Ich denke das mal rein. Das kann ich jetzt mal. Ich bin sehr sicher. Das ist ja auch ein bisschen. Okay. Ihr habt ihr... Was... Ich bin wirklich fast. Sie sind einfach nicht. um die da hoch zu kommen müssen wir da noch ein machen wir erstmal die andere Seite schauen wir wie das so höfliche Zeitung aha genau das haben wir da drüben gebaut so das haben wir auch gleich oh verdammt genau in der falschen in der falschen Sekunde Sekunde und dann und 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 Woh-hah-hah-hah-hah-hah-hah!